So, ich bin hier mit euch am ersten Hindernis und gleich kommen ihr Teilnehmer vorbei und ihr könnt das hier richtig gut mitverfolgen. Also, ich weiß nicht in welche Richtung ihr gerade guckt, guckt zum Becken, da kommen gleich die Teilnehmer. Die richtigen YouTuber testen ja, wir testen heute das Wasser. So, ich bin hier mit euch am ersten Mal, ich bin hier mit euch am ersten Mal. Bombe! Wir dürfen nachher übrigens auch noch. Die Frauen sind da! Ja! Ja, ja, ja. Oh shit! Hüpf! Ab in die Grube! Da war die Gruppe durch!